ja hallo und herzlich willkommen zu einem neuen famrama video heute geht es noch mal um das handwerk es gibt zwei neue informationen die euch bestimmt schon aufgefallen sind unter anderem beim farmwild könnt ihr jetzt salz und ähm zucker gewinnen also geleezucker ähm hier ist ähm was ist das müsste salz sein geleezucker ist moment nicht drin wenn er sagen wir mal salz gewinnt bekommt ihr jeweils zwei einheiten genauso beim zucker ich zeige euch auch noch genau das passende bild dazu ja hier ist das bild ihr seht ihr so sieht das war doch geleezucker so sieht geleezucker aus und das ist dann salz und dann gibt es noch was anderes bei der handwerkstatt wenn er schon euch einen beruf erlernt habt was das nicht geht ok es ist maria aktuell sehen wir mal kurz die seite jo jetzt hängt sie hier alles wieder auf ein neues so ne ah endlich dachte es geht wieder nicht also wenn ihr ein oder wenn ihr ein handwerk euch erlernt habt dann könnt ihr euch für 1,99 das andere handwerk auch dazu kaufen in meinem fall ist das die bäckerei dann bekommt ihr 300 spezialzutaten ihr könnt das eigentlich nur mit der kreditkarte oder paypal machen aber jetzt könnt ihr es auch endlich mit sms machen das zeige ich euch mal kurz und zwar hier hier könnt ihr es hier ganz normal mit kreditkarte und so machen und hier könnt ihr es mit sms machen wie gewohnt einfach drauf klicken und hier eine sms an die nummer und so ne kein thema ja das ging relativ schnell ich hätte wetten können dass das noch paar wochen dauern würde aber geht recht schnell und mit den 100 spezialzutaten schätze ich mal dass da dir salz und geleezucker sein wird was anderes könnte ich mir darunter nicht vorstellen ja das war es auch schon mehr informationen gibt es im moment nicht ich wünsche euch noch viel spaß beim spielen und genießt das schöne warme wetter tschüss